Hallo Leute, guten Morgen. Ich bin gerade mit meinen Hunden, Fassi. Das Wetter ist toll, im Gegensatz zu gestern. Wo sind denn meine kleinen Mäuse? Wo sind sie denn? Ah, da hinten ist der Snoopy. Und wo ist denn die Nuri? Die Nuri ist hier. Super. Meine zwei. Richtig toll. So, zu zweit macht es einfach viel mehr Spass. Auch der Snoopy läuft schön. Richtig tolles Wetter. Komm, Snoopy, auf. Snoopy. Oh, er ist etwas ignorant, mein kleiner Schatz. Komm nur, mein Schatz. Prima. Super. Super, natürlich die Nuri ist eine ganz feine, die ist schon da. Die Nuri möchte ein Leckerli von mir. Ein Leckerli. Schön sitzen. Sitzen. Alle, hopp. Prima. Einfach nur toll hier bei mir. Alles ruhig. Alles toll. Alle haben Spaß. Nuri läuft. Nuri läuft. Super. Prima. Toll. Du bist mein Schatz, gell? Ja. So, ein kleines, feines Mädchen sieht's. Sitz. So ist fein, gell? Der Snoopy auch? Oder nicht? Dann kriegt nur die Nuri was. Das ist es. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so freulich. Oh, die hat einen Apfel. Komm schnell.